Hey, ich bin mal wieder unterwegs und habe mir gedacht, ich drehe mal ganz spontan eine neue Ausgabe der Werbeperlen, so wie Timo es gesagt hat, on the run. Das heißt, ich bin unterwegs. Ich habe mein Jackett angezogen. Das ist schon mal eine Besonderheit, weil es ist hier sage und schreibe exakt 39,5 Grad. Und das nicht genug. Ich habe gedacht, ich grüße euch einfach heute mal aus einer der grünsten Städten Europas. Vielleicht wisst ihr schon, wo ich bin. Vielleicht auch, wenn ihr das Building hinter mir seht. Vielleicht sogar der Welt. Vielleicht ist es eine der grünsten Städte der Welt sogar. Und das ist echt eine Besonderheit, dass man riecht hier schon so ein bisschen, wie natürlich so der Lebensraum in die Stadt einziehen kann. Und hey, das ist nix. Ja, also ich stelle mich hier nicht an irgendein Hochhaus und zeige euch bei 40 Grad im Sakko die grünste Stadt der Welt, sondern ich zeige euch etwas, was ich noch nie gesehen habe. Schaut euch das bitte an. Ist das geil. Das ist ein Vertical Forest in der schönen Stadt Mailand. Und das ist so dermaßen grün hier, dass so etwas eigentlich hier noch gefehlt hat, aber ich es niemals erwartet habe. Also ich habe niemals gedacht, dass ich hier ein Haus sehe, was ein ganzer Wald ist. Und das ist nice. Das ist etwas, was einer Werbeperle gebührt. Und deswegen finde ich das super toll, dass ich das heute entdeckt habe. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie viele Gärtner sind in diesem Haus ständig unterwegs? Und denkt mal in die Zukunft. Das ist jetzt erst mal nur ein Vertical Forest. Wenn es erst mal so ein Vertical Gardending ist oder ein Haus, was komplett aus eigener Kraft betrieben werden kann, wo es auch Vertical Farming etc. pp. gibt, ist schon cool. Und das finde ich besonders toll. Und deswegen bin ich heute so gut drauf. Ich muss unbedingt das Jackett ausziehen. Es ist einfach viel zu heiß hier. Und finde, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann macht es auch mir Spaß. Liked bitte das Video und liked den Channel der Werbeperlen, damit wir noch lange Zeit motiviert sind, so schöne Orte für euch zu finden. Und kommt hier vorbei. Schaut euch das live an und schaut euch vor allen Dingen solche tollen Häuser an, die mit so einem Vertical Forest Konzept arbeiten. Bis bald. Ciao. Ciao.